Doppelte Noch ein, noch ein! Oh, verschockt man! Oh! 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 Jesus Christus! Ach, war so schön war's dann nämlich! Warte mal, jetzt mach ich mal eine Bruchlandung! Danke, dass wir durchgeflogen sind! Und jetzt! MG raus! Ah, hier! Mit so'n Verdecker den roten Baron spielen, ne? Ja, genau, genau! Sowas dachte ich auch gerade! Da 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 da! Stimmt's! So! Ah! Schon gefährlich! Und das mit der Banane! Ohohoho! Ey, das Ding würde rund krachen gegen Steine! Ja, wir sind doch mal unten! Ach, da sind wir das! So, jetzt! So! Okay, dann checken wir mal das F hier aus, ne? Jo, würde ich auch sagen! Checken mal! Ah! Willst du wieder was Bestimmtes vornehmen, oder? Ähm, ja, also... Oh, da ist schon der erste Zombie, das ist meine! Der, ähm... Oh, das sind auch meistens gute Sachen! Ah, ich hab' ihn! Welchen? Ja, da, ähm... Ähm, ähm... Ja, halt neben der Barackelein! Da ist gleich in der nächste Ding, wie auch ein Headshot! Diese Anfernung! Ach, schaff's! Eher Pro-Styler! Ne, nicht ganz! Ja, ich bin um ehrlich zu sein, noch nicht so gerade gut! Weil die Zombies rennen wir immer noch ein bisschen zu... quer links! Ein bisschen komisch, aber ist halt Übungssache! Ja, ja, klar! Ach so, wo wollen wir jetzt zuerst denn? Ich sag mal was! Ähm, ich würde mal sagen, bitte mal das Lagerhof direkt vor uns mal aufchecken, ob da vielleicht ein paar... Ja, da kommen sie schon! Oh, schau mal! Überachtlich-Party! Das treffe ich auch mal! Na, da keucht schon einer! Verdammte Scheiße, ich kann da nicht mal melden! So, jetzt! Enten schießen! Das ist ein Beispiel! Oh! Ja, meine Waffe macht nicht die Damage, ne? Ja! Da ist ja mal ein Schalter weiter drauf! Oh! 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 Mit SD-Buffen! Ich kann ja auch nur noch... Ü80er! Oh! Oh, da hätten es noch einer! Oh! Oh! Wir sollten auch so... Ich glaube, wir sollten so ein bisschen mal reingehen! Ah! 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 Hier liegt eine Stab-Munition! Und eine Fragment! Ja! Bleib mal bitte kurz da drinnen! Na komm! Hey! Hm! So, jetzt kann es wieder rauskommen! Ja! Warte! Ich sag mal kurz was! Du hast da jetzt gefunden! Ähm! Wahrscheinlich gleich so! Ja! 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 Vorsicht! Ja! Warte! Hier! Du pustest da auch mal ein halbes Magazin da rein! Warte mal! Warte mal! M9! Mann! Oh, ey! Diese Räume, ne! Ja! Ich kriege gleich einen Anfall! Hier! So! Was hast du denn jetzt? Eine G17? Ja! Oh! Du kannst ja auch die... Hast du einen Rucksack getangen, oder was? Ja! Habe ich! Die ist das schöne Ding! Boah! Schön! Die hat ja doch eine Taschenlampe, ne! Boah! Weiß ich nicht! Kann gut sein! Kann gut sein! Weil... Ich hab das schon... Erinnerung! Ich probier's mal aus! Taschenlampe! Ja, was denn? Kann man doch immer mal gebrauchen! Hahaha! Also kann man seine Feine blenden! Ja, zum Beispiel! Da kannst du dich auch noch gut mit aufmerksam machen! Ja, stimmt auch wieder! Pssch! Eher nur ein Beispiel! Mhm! Schon klar! Ja, klar! So! Ah! Ich rede viel vor Händermus! Äh! Da ist noch Industriehaus! Da können wir mal kurz noch schauen! Kommst! Ja, ja! Ich komme! Ich mach doch mal die Amtshuis! Ja, ich muss noch ein bisschen meine... 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 äh... meine Statistik mit 310 Zombie-Kills noch ein bisschen hochkürzeln! Ähm... Ne, das sind Deko! Ne, das sind Deko! Das sind die Deko so dort! Lol! Genau den Pfosten getroffen! Gut, ich glaub wir haben hier gleich... ein paar mehr am Hintern! Wow, hier ne, hier ist... hier ist Weihnachten, ne! Weihnachten? Jo, hier drin ist Weihnachten! Oh je! Oh! Engine-Parts! Das ist ja mal geil! Oh, wie viel! Die packe ich mal schön! Die können wir erst mal eine Stimme bleiben, ne! So! Nimmst du den Tank, oder? Ja, ich bin grad an... durchmachen hier! Ja, ich nehm ihn, ich nehm ihn! Nehm wir ruhig die... Oh, hinter uns kommt ein Zombie! Wir müssen mal drangen! Oh, ich hab's so glaube ich fallen gelassen, oder? Ja, hab ich! Äh... Mensch, ich will ihm auch den Rucksack packen! So... Ja, ich musste auch erstmal kurz meinen... komischen Kanister da... So, jetzt hab ich drin! Sei langsam! Also, Vorsicht! Irgendwo ist ein Zombie! Ja! Oh, da war er tot! Ja! Äh... Versperren brauchen wir nicht, zufällig, ne! Hier ist ein Fahrrad! Ah, hab's abbeißig! Wuiiii! Ja, ich meine, da... Dahin kommt Zombie! Da ist ein Platten! Oh, Ding ist voll im Eimer! Ding ist voll im Eimer, ja! Da kommt ein Zombie! Hallo! Nein, ich will nix kaufen! Verschwinden Sie! Kaufen! Und noch ne Panzersperre! Ah! Loll! Da geht er doch dadurch! Schaust du da oben, oder? Ja, ich schaue grad! Hier ist noch was zu trinken, aber sonst nix großartiges! Ja, ne... Butterbottle! Oh ne, das hab' ich auch! Und ne Coke! Ah, dorthin ist... ...ix noch! So! Äh! So! Welche Richtung bist du gegangen? Einfach nur mal kurz rausgehen! Achso! Ja! Okay, dann würde ich mal vorstellen, dass wir gleich mal zu dem Host vor uns gehen! Und... ...dann zu den... ...für der Feuerwache! Oh! Ja! Ne, das war haltig! Jaja, klar! Hast du dich schon mal irgendwie nen Tank gesehen zum Kanister auffüllen? Ne, ne? Nein! Ich sehe die nämlich auch nicht! So, ist das so ne Baracke? Ne, ne? Ne, normalerweise dürfte ja keiner mehr sein! Ne, ist keine! Wow, da ist ein Zombie! Wie, wie gehen wir vor? Sind...